Vom Parkplatz Vollgas. Ich habe das Gefühl, wir werden nicht so viel Verkehrswerktuelle, oder? Wir werden sehen. Es kommen nicht so viele Autos raus. Es war noch ein bisschen gelb. Ach Leute. Bist du auf S gegangen und dann auf Model? Ja. Er schaltet schneller, oder? Ich habe immer das Gefühl. Manche Leute sagen, das ist wirklich Quatsch, aber ich habe das Gefühl. Bei dem normalen GTI macht es keinen Unterschied bei den stärkeren Motoren. Mit Sicherheit. Ich finde das ein deutlicher Unterschied. Der Eins. Wendlich. Schwachbar-B Gregg. Schwachbar-Bug. Schwachbar-Bug. Swachbar-Bug. Schwachbar. Schwachbar-Bug. Und zwar okayes CH. Schwachbar-Bug. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020